So, so, so YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir sind wieder da, wir sind wieder zurück und ja, wir wollen noch ein kleines bisschen Geotastic spielen und das machen wir mit drei Runden mit unendlicher Zeit. Ich habe unser Preset ausgesucht und ich würde sagen, wir finden heraus, wo wir sind. Guckt einfach zu und seid dabei und ratet mit. 3, 2, 1, Runde 1. 1. Und 1 startet. Sehr gut, wo sind wir? Nicht Deutschland. Oder Deutschland. Deutschland oder Litauen? Eher Litauen, nicht? Obwohl, nee, Deutschland. Polen vielleicht noch? Ja, aber müsste eigentlich Deutschland sein. Ah, nee, ist nicht Deutschland. Welche, welches Land hat denn die gleichen Pfosten wie Deutschland? Ein nicht europäisches Auto? Okay, schade. Also an dem Pfosten her hätte ich Deutschland gesagt, aber die Kennzeichen, die sind... Die sind ja auch noch nicht niederländisch. What the fuck? Gelbe Kennzeichen? Rechtsverkehr? Das ist auf jeden Fall... Dieser Breitengrad hier. Ja, irgendwie hier so... Wo soll das sonst sein? Was mich am meisten wundert, sind wirklich die Ähnlichkeiten zu Deutschland. So, aber da kommen die ersten Unterschiede. Sehr gut. Das stimme ich froh. Okay, ich kann Deutschland ausschließen. Allein anhand der Baustelle. Und anhand des Orteingangsschildes, was natürlich dann verschwindet, wenn ich es lesen will. Okay, wir sind in Schieren. Ah, der... Hier sind wir auf dem Breitengrad. Okay, vielleicht sogar... Hier irgendwo noch. Deswegen sieht es so nach Deutschland aus. Na, okay. Nicht mit den Sifahren, denn die gleichen Dingsis, aber jetzt... Ja, nicht? Bei dem Haus hätte man schon so ein bisschen in die Ecke denken können. Schirgen. Hilft mir jetzt noch nicht wirklich weiter. Entschuldigen Sie, können Sie mir weiterhelfen? Ne. Sie geht lieber mit dem Hund, Gassi. Zare de Gard. Dann kann es aber nur die Schweiz sein, nicht? Oder Lichtenstein. Oh, Lichtenstein. Lichtenstein hat nicht so viele Orte, nicht? Ich weiß gar nicht, ob die abgedeckt sind. Aber Österreich müsste ja deutsche... Also europäische Kennzeichen haben. Von daher... Aber Schweiz hat gelbe Kennzeichen? Okay, wir haben eine Karte. Hatten wir lange nicht mehr, aber wir haben eine Karte. Eglisee. So, können wir die Region irgendwie erkennen? Das Ding da muss doch sehr markant sein. Oder dieser Bergrücken hier. Irgendwo hier. Vielleicht. Wo es so rum geht. Passt irgendwie alles nicht, oder? Wahrscheinlich ist es noch dichter rangezoomt. Irgendwo, wo Wälder sind. Das könnte auch viel dichter sein, als ich vielleicht denke. Das könnten auch Wanderwege sein. Das könnte zum Beispiel das Ding hier sein. Aber es sieht nicht... Fühlt sich nicht so an. Vor allem muss sie ja eine Straße... Wenn es eine Straße ist, drumherum führen. Da ist ein kleiner See. Schattendorf. Okay, Karte ist gut. Aber zu klein. Wäre die ein bisschen größer, würde sie besser helfen. Ne, Slowenien kann es nicht sein. Nein, die hätten auch EU-Kennzeichen. Formball T. Ja, Frankreich kann es ja auch nicht sein. Belgien kann es nicht sein. Aber Hauptstraße... Die haben EU-Kennzeichen. Das könnte wieder Belgien sein. Weinst, Eiser... Freiwillig. Was ist das für eine Sprache? Freiwillig. Weinst, Eiser. Ich verstehe kein Wort. Also außer freiwillig. Da steht was. H-U? Ungarn? Niemals. Ah Mann, er ist weg. Shit. Also der kommt aus Ungarn. Aber hat Ungarn nicht auch europäische Kennzeichen? Oder sind die nicht in diesem Raum mit drin? Nee, aber Ungarn... Wenn Rumänien hätte ich eher gesagt oder so, aber... Ah, das ist verwirrend. Wirrend. Avendree. Ist das nicht wieder Spanisch? Gard, Avendree, Luxemburg? Also hier drehen sich ja gerade die Hinweise im Kreis. Zwischen Frankreich, Luxemburg, Schweiz... Ungarn... Ah, ich kann da... So, ich kann da lang. Also am verwirrendsten sind eigentlich die Kennzeichen für mich. Aber die haben blau davor, aber die ersten hatten definitiv kein blau davor. Weil dann wäre ich eher auf EU gegangen, nicht? Aber die anderen hier, die haben alle Stegen. Dich, Gers, Trost, Luxemburg, ja. Okay. Also Luxemburg ist auch immer wild. Aber passt auch eher zu dem Höhengrad, den ich gesagt habe, nicht? So ein bisschen kann man das immer erkennen, auf welchem breiten Grad man da rumduselt. Anhand der Vegetation. Erklärt auch, warum die eher so die deutschen Ähnlichkeiten vielleicht haben, weil wir sie doch stark beeinflusst haben. Weiler? Wir hatten noch irgendwas eben mit Weiler. Ach nee, das war an dem Schild nur langsam erfahren wegen Kinder, nicht? Äh, Stegen. Wo stegen sie denn? Warte mal, wir hatten noch da auch dieses... Hm... Aber die haben ja gar keine von diesen Erhebungen, die auf der Karte zu sehen war. Ich bin echt sauer. Oh Mann. Baerbock, Wald billig. Ah, hier gibt es billigen Wald. Das ist natürlich gut. Aber ich muss echt mal ein Stegen finden. Lustige Namen auf jeden Fall. Esch. Kehlen. Körig. Preis der Daul. Großbus. Wichten. Buscheid. Tja, oder Wilz. Mehr steht aber nicht da auf. Blöneck. Sehen wir Blöhn. Blöhn habe ich jetzt aber auch noch nicht gelesen. Ist das ein Bezirk? Blöneck. Wildtitz. Klärf. Bonneweg. Okay. Ich meine, es ist insofern gut, dass wir es eingrenzen könnten. Aber... Reicht noch nicht. Hier, die 17, die 14. Das hilft eher. 16, 12, 13, 17, 14. Da oben. Natürlich, nicht? 12, 13, 17, 18, 16, 14. Ja, ganz normale Nummerierung. Äh, die gierig. Okay, also wo Stegen? Hier Schieren. Wir waren noch in Schieren. Haben wir doch gestartet, nicht? Aber wo ist denn jetzt Stegen? Okay, Stegen gibt's gar nicht. Gut, dass man's raufschreibt. Oder bin ich so bescheuert? Da steht doch Stegen auf dem Schild. Stegen. Blöneck. Gut, vielleicht... ist der in Stegen. Und Stegen ist nicht hier. Das kann natürlich sein. Okay. Ja, wir stehen mitten im Nirgendwo. Oh Mann. Und unsere Straße geht West-Ost. Und vielleicht auf der hier in irgendeiner Weise. Park und Rastplatz. Hier, das könnte der sein. Die erste Runde hat's heute irgendwie in sich. Und danach sind wir immer besser. Hoffentlich bleibt das so. Aber gute Standorte heute. Über in die Richtung hat das, äh, auch sofort ein... Äh, Kennzeichen mit EU-Dings. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall einmal rum. Und da geht eine Straße ab, nach Norden. Ja, das ist die Ecke. Guckt, wir fahren jetzt genau hier runter. Jetzt müsste in dem Wald eine Kurve nach links kommen. Genau, Kurve nach links. Und in der Kurve nach rechts müsste eine Straße abgehen. Oh. Jetzt bitte Straße nach rechts. Und das ist die hier wahrscheinlich. Und dann sind wir in Stegen. Da, Stegen. Das wird gar nicht richtig angezeigt. Aber ist ein Dorfname. Ist ja... Nicht, die anderen Sachen sind so groß, da überliest man das. Okay, Stegen ist aber Schieren und so. Das muss echt nur so ein... Ja, weiß ich nicht was sein. 347, passt auch. Nicht, der Parkplatz ist eindeutig. Sind wir echt so weit gefahren? Kann mir gar nicht so weit vor. Äh, und wir stehen am südlichen Ende. Äh, westlichen... So, finish. 5,66 Meter. Jawollo. Achso, wir sind nur dahin gefahren. Echt, wir sind nur in die Richtung gefahren vorhin auch? Durch den Wald? Ist mir gar nicht aufgefallen. Interessant auf jeden Fall. Ah, da ist auch das Blöneck. Natürlich. Wir waren gar nicht in Schieren. Ich dachte, wir waren in Schieren. Aber wahrscheinlich stand hier nur irgendwo Schieren dran, nicht wahr? Okay, und damit geht's in... Runde 2. Die brauchen wir nämlich. Na, dann gucken wir mal. Äh, Capricorn Highway. Was war denn nochmal Capricorn? Das war doch so ein... So ein legendäres Wesen oder irgendwas. Ähm... Blackwater. Ich muss gestehen, ich hab echt Bock mal nach Sydney zu fahren. Aber ich fliege nicht gern und ich verreise nicht gerne. Aber wenn man hin teleportiert werden kann, dann bin ich der Erste, der dahin geht. Auch als Versuchskaninchen. Und wenn ich mich auflöse? Mir egal. Teleportation auf die 1. Bahnfahren auf die 80. Weg mit denen. Autofahren auf die 3000. Kann auch weg. Blackwater. Okay, da haben wir's. Äh... Duaringa. Wie war das immer bei Charlie Sheen und Co.? Basinga. Ah ne, das war, äh... Big Bang Theory. Was waren das immer in, äh... Two and a half men. Da gab's auch immer so ein Wort. Nicht Basinga? Die hatten doch auch irgendwie immer eins. Chimichanga hatten die. Das war's. Danke. Ähm... Clermont. Rockhampton. Emerald ist hier. Okay, das heißt, wir sind auf der Seite bei Alpha. Wo sollen wir auch sonst sein? Wenn nicht bei Alpha. Da gehören wir hin. Longreach. Winton. Middleton. Ne, hier. Kurianer. McKinley. Klonkuri. Ähm... Das ist die A2. Die A4. Achso, da ist Duaringa. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Blackwater. Okay. Da ist Duaringa. Und wo ist Rockhampton? Da hinten. Das heißt, wir stehen genau an dieser Stelle. Wo sollen wir sonst stehen? Wir verifizieren nochmal. Ist da ein Zug? Oh, da ist ein Zug. Stehen wir auch wirklich hier beim Start. Wir stehen auch wirklich hier beim Start. Der liegt nördlich. Der liegt auch wirklich nördlich. Und dann würde ich sagen... Äh... Entweder verkacke ich jetzt. Oder wir haben viel Glück. Und... Go! 10,67 Meter. Jawohl. Das war doch eine gute, schnelle Runde. So kann's weitergehen. Und damit... Nach Runde 3. Oh... Afrika... Dun, 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 dun. Mbabane. Ja. Wort kennen wir. Müsste doch hier unten Lesotho oder Swaziland sein. Das war Maseru. Mbabane. Swaziland war's. Heißen die nicht Eswatini inzwischen? Warum Google das immer noch auf Swaziland hat? Das ist doch Eswatini, oder? Na, das ist verwirrend. Okay, wir sind irgendwo auf der hier. Und... Das sieht hier doch schon sehr gepflegt und ordentlich aus. Äh... Ich find das Land... Genau wie... Also... Eswatini genauso wie Lesotho... Sind... Find ich... Sehr... Interessant. Also auch landschaftlich. Hätte ich von Afrika nie gedacht. Zumindest das, was man in Geotastic bisher gesehen hat. So. Und da steht da irgendwas dran. Mbagaveni. Aber ich will Mbagaveni. Mbagaveni. So dicht sind wir. Wir stehen sogar hier direkt an der Autobahn irgendwo. Okay. An einer der Auffahrten, Abfahrten, Dingsis. Ähm... Die verläuft West-Ost an der Stelle, wo wir sind. Und wir haben einen Tunnel da durch. So viel Stellen gibt es hier leider dafür nicht. Das ist schlecht. Gut, wartet. Wir wissen nicht genau, wie die verläuft. Wir springen da mal rauf. Nee. Back to... Previous Position. Leicht Süden. Und eher Westen. Also eigentlich würde ich ja so sagen. Verläuft die. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich. Genau an so einer dummen Stelle. Aber die macht hier auch keine Kurven. Wie sieht denn das Ding aus? Wir kommen von da. Das ist so ein halbes Kleeblatt, nicht? Kommt so eine Kurve rauf. Und hier kommt so eine Kurve runter. Und das ist eher kein Kleeblatt. Das ist so. So und oben haben wir zwei Beulen. Und unsere Straße geht mitten durch. Könnte das das hier sein? Aber das ist nur ein Kleeblatt. Hier geht auch keine Straße durch. Gut. Heißt ja nicht, dass das die große Straße ist. Das könnte ja immer noch die hier sein, nicht? Aber es stand ja immer drei dran. Da unten. Sieht auch nach Autobahn aus. Das hier. Da geht eine Straße durch. Die beiden nach unten. Aber die beiden Kleeblätter fehlen hier. Auf jeden Fall wissen wir immer drei. Vielleicht hier? Fußgängerbrücke. Die ist da hinten. Die ist nordwestlich von uns. Dann müssen wir... Dann ist das die Straße. Mbala Lazzi Road. Dann stehen wir nämlich genau hier gerade. Aber das Kleeblatt sehe ich nicht wirklich. Also ist dann sehr reduziert. Also die Straße rechts von uns fährt rauf. Da hinten. Tut sie. Da geht eine ab. Und führt dran vorbei. Tut sie auch. Da geht auch die Straße rein. Das sieht sehr gut aus. So. Oder hier. Da hinten sehen wir auch so ein... Warte mal. Hier. Das. Sehen wir das? Das sehen wir nicht, nicht? Diese Häuser. Die werden... Achso. Die sind auch Richtung Norden. Warte mal. Dann ist ja das die Straße, die wir suchen. Hm. 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 Könnte das das hier sein? Aber es sieht... Es sieht nicht so aus wie unsers. Aber ansonsten gäbe es keine Fußgängerbrücke mehr. Ein bisschen unzufrieden. Aber vielleicht wurde es umgebaut. Das hier sieht... Nicht so fertig aus. Und das ist auch von 2017. Ach du Scheiße. In Afrika... Wenn ihr hier rumfahrt... Es gibt Bilder von Afrika von 2019. Und dann fahrt ihr ein Bild weiter 2020. Und da steht auf einmal... Vorher war Dschungel. Und auf einmal steht ihr mitten in einer Großstadt. Und ihr denkst so... Sag mal. Eben war da noch ein Elefant. Und auf einmal stehe ich vor einem Wolkenkratzer mit 800 Stockwerken. Wo kommt der her? Nicht? Ähm. Alles möglich in Afrika. Genauso wie hier. Da fährst du hier wahrscheinlich über so eine Rumbildstrecke auf den alten Bildern. Und auf einmal stehst du im Neubaugebiet. Also... Da darf man sich echt nicht wundern. Also die machen sehr, sehr viel, was Infrastruktur angeht. Da sollten wir uns eine Scheibe abschneiden davon. Ähm. Okay. Dann finden wir doch mal heraus, wie diese Straße heißt. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste, wenn wir das irgendwie herausfinden. Simpa im Gwena Border Post. Hier, da steht's doch. Lihalande Lai Street. Und die ist... vom Tunnel nach Süden. Vom Tunnel... Und wo ist die Straße, die das tunnelt? Hier. Ja, das heißt, die müsste hier sein. Und das ist sie nicht. Es passt auch visuell halt nicht ganz mehr. Lihalande Lai Street. Ich meine, es könnte auch noch die MR-19 sein. Aber ich glaube nicht, dass die oberirdisch läuft. Und hier ist ja schon M-Bahne und blablabla. Aber hier, ah! Hier ist nur M-Berga-Veni. Hier ist M-Berga-Veni. Oh, wie hieß denn das jetzt? Hieß das M-Berga-Veni oder M-Ber-Veni? Oh, Mann. Sie hieß M-B-L-M-B. Oh, Mann. Okay, wir sind im Norden der Stadt. Ja, das sieht doch besser aus alles. Ja, ist auch die Lihalande Lai Street. Boah. Also das ist gemein, nicht? Aber gut. M-A-N-G-M-B-A-N-G. Da habe ich das B einfach weggelassen. Boah. Halleluja. Ah, wir haben es. Okay, wir stehen also jetzt hier. Und wir stehen... ...auf der Höhe. Auf der Seite. Da. 3,14 Meter. Jawollo. Also, ich finde es immer gut, auch wenn ich lange brauche. Wir mussten nicht viel fahren, nicht? Also, manchmal reichen Kleinigkeiten. Und das sind dann die guten Runden. Wobei man auch sagen muss, es war sie dann, Lesotho, Botswana. Außer man startet hier irgendwo unten auf dieser einen Straße. Ähm. Oh. Wo ist sie? Hier gibt es irgendwo so eine Parallelstraße von der A2. Ich glaube, die hier. Und die ist komplett unterbrochen. Und das ist doof, weil man kann sich nur auf dem Stück hier bewegen. Ähm. Weiß jetzt nicht, ob es genau die ist. Das ist blöd. Aber das hat man in vielen Ländern. Aber sonst, Botswana, Swaziland, Lesotho, Südafrika. So leicht herauszufinden, wo man ist eigentlich. Manchmal muss man viel fahren. Gerade in Botswana. Aber es ist alles ausgeschildert. Das ist ein Traum. Ja. Und damit sind wir schon durch. Und haben... 18.000 Punkte. Jawollo. Wir waren in Luxemburg. 13 Minuten 30. Huh. Schlechteste Runde. Wir waren in Australien. 2 Minuten 42. Und wir waren in Eswatini. 8 Minuten 2. Wir haben für die letzten beiden Runden weniger gebraucht als für Luxemburg. Eieieiei. Aber ich würde sagen, das ist doch gut. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir es noch besser. Bis dann.